Einen wunderschönen guten Morgen da draußen und willkommen zu einem weiteren District Map Video. Wer das Video von gestern verpasst hat, dort habe ich sehr gute, qualitativ hochwertige Bilder der neuen District Battle Royale Map von Apex Legends in Season 22, soll es wohl dann kommen, gezeigt. Einmal die Map als Ganzes in extrem guter Qualität. Sechs POIs waren dabei, die einzeln rausgepickt waren in sehr guter Qualität und ich reiche sechs weitere Bilder nach, die gestern noch nicht auf Twitter oder auf Apex Online waren. Ich zeige für die Komplettheit einfach alle Bilder nochmal. Könnt ihr euch ein Bild machen und einfach mal selber schauen, was haltet ihr von der Map. Wer das Video gestern nicht gesehen hat, schaut von mir aus gerne da nochmal rein. Da gibt es noch ein paar andere Informationen, die sehr interessant sind. Auch für meinen Trip nach L.A. habe ich da noch die ein oder andere Bitte, also schaut da ruhig gerne rein. Kompletiert meine Fragen, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Und wir fangen direkt mal an für alle, die das Bild noch nicht gesehen haben. Das ist auf jeden Fall die neue Battle Royale Map District und wir sehen grob um die 15 kleinere und größere POIs. Vielleicht sind es auch 17. Es sieht optisch extrem genial aus. Hier haben wir den 2B Blossom Drive. Das ist einer der POIs. Ich gehe jetzt ins Detail nicht nochmal ein, was man hier grob sieht. Das habe ich gestern schon gemacht. Dann haben wir einen Spot, der wohl Fuse gewidmet ist. Wahrscheinlich eine Bar, die von Fuse ist. Wir haben dieses Schiff Dry Lock Arcade. Nennt sich wohl dieser Spot. Dann haben wir einen Staudamm. Der sieht auch richtig, richtig edel aus. Noch einen weiteren Spot, der sehr hoch gelegen ist. Sieht extrem genial aus. Wir haben, jetzt kommen wir zu den neuen Bildern. Da haben wir einen weiteren Spot. Der ist am Rand der Map auf jeden Fall. Also die Bilder sind wunderschön. Also ich kann nur sagen, die Optik der Map gefällt mir extrem, extrem gut. Dann haben wir hier so einen asiatischen Markt. Sieht auch sehr, sehr stark aus. Die Farben, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Also ich freue mich extrem auf die Map. Und ich bin nach wie vor ein bisschen enttäuscht, dass wir die wahrscheinlich laut Leaks nicht schon in Season 21 bekommen. Die Map, aber sei es drum, können wir nicht ändern. Müssen wir eben abwarten, bis es dann soweit ist. Dann haben wir hier nochmal einen riesengroßen Spot. Also ich glaube schon, also der ein oder andere hat auch gestern geschrieben unter dem Video, dass die Map verdammt riesig wirkt. Und ich schätze auch mal nicht so groß wie Stormpoint oder Broken Moon. Aber so ein Stück größer als Olympus wird sie wahrscheinlich sein. Die Map ist auf jeden Fall vollgepackt mit extrem vielen heftigen Sachen. Hier sehen wir nochmal eine Draufsicht. Und was auch auffällt, ich habe gleich übrigens noch eine Animation von Alter aus dem Loading Screen. Wenn ihr hier mal genauer hinschaut, man sieht im Vergleich zu Broken Moon oder Stormpoint, hier ist so gut wie keine Freifläche, wo du schon aus hunderten von Metern Entfernung weggegrabert werden kannst. Und das muss ich sagen, gehört sich für so eine Art, ich sage mal Titanfall-lastige City-Map, die einer Stadt nachempfunden ist. Und da gehören einfach keine riesen Freiflächen ins Bild. Das passt da einfach nicht rein. Und deswegen finde ich die ganzen einzelnen POIs schon extrem interessant. Hier haben wir, wurde heute, habe ich heute entdeckt auf X, ein Loading Screen für die neue Legende Alter. Soll es wohl werden in Season 21. Das sieht echt absolut creepy aus. So ein bisschen The Ring-mäßig aus so einem Horrorfilm. Wer den Film noch nie gesehen hat, das Einscheißen garantiert, sage ich euch. Also ich finde die Optik der Legende extrem, extrem nice. Wobei das Einzige, was mich an dem Skin vielleicht minimal stört, ist der, sieht zumindest der Optik her, so ein bisschen den Wraith-Skin ähnlich, den wir mal in einem Battle Pass bekommen haben. Ist schon ewige Seasons her, ich weiß nicht mehr welche es war. Das sind auf jeden Fall bestimmt vor zwei Jahren, ist der Skin locker rausgekommen. Genau, weiß ich es nicht mehr. War auch ein passender Spitfire-Skin dazu, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Ich mache noch einmal an. Ja, Leute, erzählt mal, was haltet ihr von den Bildern der Map? Ich finde sie auf jeden Fall extrem, extrem geil. Die Map macht auf jeden Fall optisch extrem viel her. Und ich glaube, es ist eine gute Konkurrenz-Map zu Kings Canyon und World's Edge. Von der Größe her und vom Spielspaß. Weil sind wir uns eigentlich, ich denke, die meisten von uns stören sich nach wie vor an Broken Moon und Stormpoint, nicht wegen der Optik, sondern weil es einfach zu groß ist, zu viel Freifläche zwischen den einzelnen Spots, es ist einfach zu viel Luft, zu viel Raum und du findest oft keine Gegner. Müssen wir mal schauen, wie sich das mit der neuen Map so gestaltet. Aber bis dahin sind ja noch ein paar Monate, wenn sie nicht doch in Season 21 überraschenderweise doch kommen sollte. Aber die Liga und Data-Miner behaupten, erst in Season 21. Dafür kommen aber diese hochqualitativen Bilder der neuen District-Map relativ zeitig, muss ich sagen. Gab es so auch noch nie. Deswegen bin ich echt mal gespannt, ob wir da vielleicht doch eine fette Überraschung erleben. Leute, das war es von mir. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wie gesagt, geht nochmal auf das letzte Video oder auf meinen Community-Tab. Wie gesagt, nächste Woche geht es für mich nach L.A. Dort lerne ich eventuell auch die Global Series Spieler Teams kennen und kann ihnen eventuell die ein oder andere Frage stellen. Deswegen kompliziert meine Fragen und eine Top 3 dieser Fragen werde ich rauspicken und dann den Spielern stellen, wenn ich denn dazu komme. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Start ins Wochenende so langsam und bis die Tage haut rein. Ciao.